Gut. Das war der Angriff. Der lief ja schon mal nicht so gut. Wenn die KI halt Geld hat, schiebt sie nach ohne Ende. Das ist halt... Und ich hab halt diese verkackten Hellmaker. Die sind doch scheiße. Darf ich noch mal oder warte ich jetzt? Ich speichere erst mal. Na, man kann mit Shift noch keine Einheiten dazufügen. Ärgerlich, aber was wirst du machen? Ja, blockiert mal den Weg, damit das Ding nicht irgendwo hinkommt. Wo es nicht hinkommen soll. Das wäre nämlich wirklich unschön. Erfolgreich zerstört sein. Jetzt. Habe ich noch? Ich nehme mal an, ja. Wurde ich noch mal wieder eine Blockade unten hin. Damit die da keinen Blödsinn machen mit ihren Transportern. Das ist penetrant. Ich kann ehrlich gesagt kein Echtzeitstrategie spielen, wo man gegnerische Gebäude annehmen kann. Und die KI so hartnäckig in so großen Mengen das auch permanent versucht. Ach, da ist noch dieser Transporter. Der da die Einheiten abgesetzt hat. In der XP-Version ist die einzige Aktion, die die KI hier macht, dass sie das absetzt und dann das Gebäude da einnimmt. Was sie bei mir jetzt nicht mehr einnehmen kann, weil es... Ich glaube, sie hat es schon eingenommen gehabt, ne? Ach nee, hier ist gar nichts okay. Guck mal nach da unten, was ist denn hier noch so? Nicht mehr viel. Ich weiß, hier unten eine gute Mine. Das fände ich, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Aber scheinbar nein. Habe vor allem so ein Fahrzeug von hier unten hochgekommen. Oh, das ist wahrscheinlich okay. Oh, hoffen wir das hier rumsteht. Ich hab's jetzt hier das jetzt einfach mal. Und was soll... Wo kommt ihr denn jetzt her? Und was zur... Da fuck? Was? Wo kommen die her? Können die über Wasser fahren oder was ist das? Hä? Hä? Die waren doch eben da noch nicht. Geht's trollen? Das Spiel trollt mich doch. Also noch mehr als sonst. Wo kommen die her? In grün und blau. Wie meine Freundin, was? Was doch? Wo kommen die her? Da fuck. Wo kommen diese Panzer jetzt her? Hä? Mich verarschenspielen? Verarscht mich doch. Wow, wo kommen die jetzt alle her? Was zur... Hansa, wo... Wo kommen die jetzt her? Erstmal die einen vernichten, die nicht wegfahren können. Fuck. Wo kommen die jetzt alle her auf einmal? Ich meine, die können nicht über Wasser fahren, mit Panzern. Das geht nicht. Oder zählt das nicht als... Nee. Zählt das Wasser? Okay. Ach, sie können hier über diese schmale Landzone fahren? Natürlich. Natürlich. Oh Gott. Ich muss jetzt mit jedem einzelnen hier durchlaufen. So kommen die da her. Hallo, Panzer. Bleib doch mal stehen. Ich treffe dich doch gar nicht, wenn du dich ständig bewegst. Weißt du das denn nicht? Mann, ich nehme dich ganz wenig schade, wenn ich dich nicht treffe und alles. Deswegen solltest du damit mal aufhören. Gut. Ist das Ding jetzt am Arsch? Glaube ja. Keine Ahnung, wo wir hier drüben irgendwie... Hier ist schon mal nix. Du schießt schon wieder... Wieso zur Hölle können die weiter stehen als ich? Das ist doch kacke. Was ist das denn? Fahrzeugfabrik. Nee, die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Also... Ruminiert auch die Grundstückspreise. Dürfen wir übrigens alle angreifen. Nicht nur zwei. Ah, gut. Zwei. Zwanzig. Ist auch nur ne Nullunterschied. Ah, weg mit dem Ding. Danke. Da ist es im Arsch der Scheiß. Da ist es im Arsch der Scheiß. Das wegfahren ist auch noch so unglaublich effektiv. Also wenn die KI es macht. Wenn ich das machen würde, würde das halt Null bringen, weil... die KI viel zu viel Kontrolle über alles hat. Was ist das denn da? Miene? Hm. Das sollten wir nochmal entfernen. Und... Wo fährt das blaue Ding jetzt hin? Wir sollten diese Mine hier mal abschalten. Hallo, du solltest doch... da hinlaufen, Junge. Ist auch irgendwie geil, wenn ihr mal aufhört, da oben umzustehen, so alleine. So. Das macht doch die Energieproduktion, äh Geldproduktion schon einiges schwieriger. Ist überhaupt noch Minen... Ja, ist noch Ressourcen da. Letztens mal sie, glaube ich, komplett erschöpft, wie weh. Könnt ihr mal da weggehen? Ach, guck, die schuft alle her. Kills 10 sind 20 neue da. Ja, der... Könnten wir vielleicht mal die Panzer angreifen? Wäre das denn im Rahmen des Möglichen, dass wir mal die feindliche Panzer am Mietzest stören, die uns töten will, ne? Gibt denn da was? Schwierig, 6. Sehr, sehr schwierig, das Ganze. Na. Na, da kommen wir die nächsten Panzer, natürlich. Ach, komm, ey. Hast ein paar Panzer gekillt, komm, die nächsten. Schwierig. Hm. Hey, wir müssten auch langsam die Ressourcen ausgehen. Aber die können auch eine neue Mine hier bauen. Ach, so langsam müsste das doch bei denen auch mal ins Geld gehen. Das kommt schon. Dann will ich mal aufhören hier. Was lauft ihr denn dazu? Wegfindung. Erstmal wieder über die Wegfindung aufregen. Ganz wichtig. Ich stehe auf meinem Zettel ganz oben. So können wir den mal ausschalten. Danke. Da ist der nächste Panzer. Weg damit. Nehmen wir mal ganz recht, wenn diese Panzer mal alle weg wären. Die machen nämlich schon einen Schaden, sage ich mal. Im Vergleich zu den Maschinengewehren. Die machen nicht so viel Schaden, die Maschinengewehre. Ach, sind die Panzer weg? Die sind aber alle getötet. Ja, das sind nur Fahrzeuge auf jeden Fall. Aber nein, wir haben nicht alle Panzer getötet. Und da ist noch einer. Ist der jetzt schon länger da oder ist der neu? Sehe ich nicht. Kann auch nicht nur anzoomen. Ach, da ist noch einer. Ja, die haben da unten irgendwo wieder diese Kackfabrik aufgebaut. Jetzt soll ich mal die suchen gehen. Ja, ja, die haben da irgendwo... Stimmt, das Ding ist vorhin da runtergefahren. Können wir diesen Panzer mal töten, bitte? Nein, können wir offensichtlich nicht. Ach. Leute. Gut. Da ist der nächste Trupp am Arsch. Gut. Okay. Wo ist denn jetzt diese scheiß Fabrik hingefahren? Ist die wieder nach da oben gefahren? Da kommen auf jeden Fall Fahrzeuge entlegen. Schau doch einfach mal nach, ob die wieder da oben ist. Nein. Die KI baut tatsächlich ihre Gebäude an anderen Stellen auf. Das ist fast schon eine Legende, diese KI. Ich sage ja, das Spiel ist einfach nur heftige Materialschlacht. Gereiht an heftige Materialschlacht. Dann gibt es eine heftige Materialschlacht und dann kommen wieder Materialschlachten. Okay. Ich nehme mal die erste Ressourcen aus. Ich nehme ja schon. Easy. Oder die erste Ressourcen aus. Oder die erste Ressourcen aus. Oder die erste Ressourcen aus. Je nachdem. Aber... Überrennen verliere ich dann meistens, glaube ich. Okay, der ist auch im Arsch. Ja. Gut, dass ich noch mehr habe. Zeit mehr entgegenzuwerfen. Einfach mal mehr. Aber das ist doch Feuer und kein Wasser. Geht ja mal da runter. Ich muss sagen, die KI fährt schon gut was auf. Also... Nicht so aggressiv, wie ich sie in Erinnerung hatte. Zumindest nicht in der Mission. Aber... Kann ja noch werden. Ist ja noch Luft nach oben. Hallo. Wo wollen wir denn hinten? Können die sich auch gegenseitig anzünden? Ich hoffe mal nicht. Ist irgendwie scheiße. So laufen wir erneut an. Laufen wir da unten rum? Wir haben sie da unten irgendwo. Wir laufen erstmal bis dahin. Oh, wow. Ja, wenn ich noch durch diesen Engpass... Muss... Kann ich die KI schon da voll angreifen. Das wird Zögerung beim Angriff dieser Waffe, ne? Da haben sie die 60 geworden. Muss ich gar nicht so weit laufen. Ist ja schön. Praktisch. Danke. Ich dachte schon, ich müsste mich irgendwie noch da unten da rum eiern, aber... Das macht die Sache einfacher. Das macht die Sache doch so viel einfacher. Da hätte ich jetzt noch richtige Waffen, wäre das alles noch einfacher. Aber die habe ich leider nicht. Ich habe diese Hellmaker. Na ja, die müssen auch reichen. So, habt ihr da oben noch irgendwas? Nö. Ich würde mal aufhören nach da oben zu laufen, wenn das Gebäude da unten ist. Warum tut ihr sowas? Wenn ihr mich hasst und mich mobbt. Oh. Bisschen Biel 2. Sind so ein bisschen wie Einheiten, wenn man... Bei Zählen... Zählen! Editor aufmachen, die INI-Dateien modifiziert. So, können wir jetzt mal ein Stück da hoch gehen. Und diesen Panzer da zum Beispiel grillen. Es soll nach da oben gehen, nicht nach da unten. Hmmmmmm... Hmmmm... Hmmmm... Hmmmmmm... Also zumindest nicht in dem Verhältnis. Oh, jetzt schien die KI auch heftiger. So, hallo, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Es wäre doch mal schön, wenn wir dieses Hauptgebäude mal abreißen könnten. Das wäre richtig grandios, würde ich sagen. Warum stehen die da rum und machen nix mehr? Was für eine Ries ist doch noch Einsatzbereit. Hab ich da irgendwas kaputt gemacht? Steht ja der Panzer rein. Ach, der Panzer steht im Weg, ja gut. Natürlich logisch, dass man da nix mehr macht. Aber es war das Kill, dass man das hat. Es ist eh keine Mine mehr da, von daher. Es sei denn, wir haben sie wieder geschafft, um eine neue zu bauen. Aber da die nicht mehr weiterfahren, nehme ich mal an, nein. Okay, der Panzer hat sie also da in den Weg gestellt und deswegen konnten die... Ah, nein, die können nicht wegfahren, deswegen bewegen sie sich nicht. Ah, Vernichtungsorgie. So, können wir mal das hier wegreißen. Das braucht die KI nun wirklich nicht mehr. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018